Hallo liebe Freunde, hier ist wieder Hadi Flicko. Heute ist der 29.08.2014. Ich weiß auch nicht wie, aber irgendwie bin ich heute hier lang gegangen und stehe deshalb auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig. Hinter mir ist das Rathaus. Bei dieser Gelegenheit möchte ich nicht versäumen, alle Bediensteten des Rathauses, alle Angestellten der Stadt, auch dich Burkhard Jung, herzlich einzuladen. Kommt mal zum Uhrlicht, schaut euch an, was da passiert. Eine total starke Installation wartet darauf, von euch entdeckt zu werden. Vielleicht hat da eine oder andere von euch auch Lust, mal auf die Leiter zu steigen. Den Bleistift oder den Füllfederhalter oder die Schreibmaschinentastatur gegen einen Akkuschrauber oder eine Stichsäge einzutauschen und fleißig mitzuhelfen. Am 9. Oktober soll alles fertig sein. Helge ist tierisch überarbeitet und wir brauchen eure Hilfe. Wenn vielleicht nicht mit der Hand oder mit dem Fuß oder mit dem Kopf, dann doch vielleicht mit dem Scheckheft. Hier ist Hadi Flicko Leipzig. Ich sage schon mal Danke. Ich will dich gar nicht stören. Ich wollte nur mal fragen, was du hier machst und warum du das machst. Ich schraube Bretter fest. Und warum? Weil, warum mache ich das? Weil es mir Spaß macht. Bist du aus Leipzig? Ja. Ja, schon. Ich bin wieder hergezogen. Ich war jetzt ein Jahr in Bamberg, vorher drei Jahre in Chemnitz. Und bin wieder zurückgezogen. Und seit wann machst du hier mit? Ja, immer mal. Seit letzter Woche, aber jetzt nicht wirklich oft. Also ich bin jetzt das dritte oder vierte Mal da. Ich habe gehört, du warst schon viermal hier und damit hast du eigentlich schon eine super Medaille verdient. Wie hast du denn hiervon erfahren? Ich bin hier einfach vorbei und habe gefragt, was es ist und ob man mitmachen kann. Und dann hieß es ja. Und die beiden sind ja auch super offen. Von daher passt das gut. Und wirst du nochmal herkommen oder ist das heute dein letzter Tag? Och, ich komme bestimmt nochmal her. Ja, sehr stark. Dankeschön.